Im Mittelpunkt jeder qualitäts- und werteorientierten Gesundheitsversorgung steht die Sicherheit des Patienten. Unter Patientensicherheit versteht man die Abwesenheit unerwünschter Ereignisse bei der Versorgung von Patienten im Gesundheitswesen. Bei etwa 5 bis 10 Prozent aller Patienten tritt mindestens ein unerwünschtes Ereignis bei der Gesundheitsversorgung auf. Dies führt dazu, dass etwa 15 Prozent aller Klinikkosten darauf zurückzuführen sind. Nosokomiale Infektion, Sepsis, Antibiotikaresistenzen und Medikationsfehler verursachen über 65 Prozent der Krankheitslast aller unerwünschter Ereignisse und der damit verbundenen Kosten. Allein in Deutschland ereignen sich jährlich 400 bis 600.000 nosokomiale Infektionen. Und Sepsis ist die dritthäufigste Todesursache mit über 75.000 Todesfällen pro Jahr. Schätzungen zufolge verursachen multiresistente Bakterien jährliche Kosten von über 1,5 Milliarden Euro. Und Medikationsfehler sind der Grund für etwa 1,8 Millionen zusätzliche Krankenhaustage. Unerwünschte Ereignisse basieren häufig auf Fehlern, die infolge komplexer und arbeitsteiliger Abläufe entstehen. Die Vermeidung erfordert einen multidisziplinären, systematischen Ansatz innerhalb des kompletten Krankenhauses. Systematische Bündelstrategien haben sich hierfür in zahlreichen Studien als wirksamer wiesen. Dabei besteht ein Wechselspiel zwischen Sicherheitskultur und den gegebenen Strukturen und Ressourcen. Technologien, Prozesse, Trainings, kontinuierliches Monitoring und definierte Qualitätsziele spielen die entscheidende Rolle. In Partnerschaftsprojekten unterstützt BD Kliniken bei der Implementierung und Umsetzung solcher multimodalen Strategien. Unsere Kompetenz ist es, Menschen, Prozesse und Technologien bestmöglich aufeinander abzustimmen und somit eine qualitativ hochwertige und kosteneffektive Patientenversorgung zu gewährleisten. Im Sinne eines Co-Creation-Ansatzes werden individuell auf die Klinik abgestimmte, systematische Maßnahmenbündel entwickelt, implementiert und evaluiert. Die Partnerschaft mit BD ist integriert in einen umfassenden Service und bildet die Grundlage, um langfristig nosokomiale Infektionen wirksam zu verhindern. Sepsis schnell und effektiv zu behandeln, multiresistente Erreger zu erkennen und Antibiotika gezielt einzusetzen, sowie den Medikationsprozess sicherer zu gestalten. Gemeinsam werden unerwünschte Ereignisse reduziert und klinische sowie ökonomische Ergebnisse verbessert. BD – Ihr Partner für Patientensicherheit ASTEN BBDA – 2,2-5K BD – 1,3-800-Site V- und drast Chin Jäu BSD – 4.1-800-4그